Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Quake 3 Arena. Wir sind schon in der siebten Folge und spielen hier Arena 2 Level 2. Dann legen wir mal los. Und... Bam. Haben wir beide getötet noch, schnell. So. Den auch noch. So, wo ist der andere hin? Gut. Doppelkill. Sehr schön. Haben wir auch erledigt den. Haben wir wieder einen Doppelkill. Läuft ja gut. Aber das ist natürlich auch noch auf einfach. Also sehr einfach gestellt. Und... Ja. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch schaffe, wenn es schwerer wird. Aber zur Zeit ist es ja noch leicht. So. Ja, und dann haben wir auch dieses Level geschafft. Und hier beende ich jetzt das Video. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Schweizer crest.